Musik Ich möchte jedem zeigen, dass alle Pflege machen können. Als Jux und Dollerei gestartet und wegen meiner Kollegin, die letztes Jahr schon dabei war, meine liebe Ursula. Aber eigentlich ist es auch cool, wenn man den Leuten zeigen kann, wie der Pflegeberuf ist. Ausprobieren und sich nicht davon abhalten lassen, was andere Leute dazu sagen. Ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Job und dabei kann man den Menschen helfen und das ist auch ein sicherer Job. Wenn du überlegst, die Pflegeausbildung zu machen, mach's.